Servus Leute! Willkommen... Autsch! Zurück zu Kindermarzt 3. Hier im Kampf gegen eine mega creepy böse Puppe. Aua. Und es gibt ja Menschen, die... Wow, wow, wow! Das war verkackt, verdammt! Es gibt ja Menschen, die Angst vor Puppen haben, was ich durchaus verstehen kann. Weil Puppen sind schon manchmal echt creepy. Aber ich persönlich glaube, dass diese Angst eher daher rührt, weil... Eine Puppe ist emotionslos und... Nervig? Ne, nicht nervig, aber... Verdammt. Ist emotionslos und... Oh, oh, was macht sie da, was macht sie da? Und das ist quasi... Aua. Dieselbe Angst... Wie... Ah, gut. Dieselbe Angst wie vor Masken oder... Ja. Oder, äh... Die landet jetzt nicht auf mich drauf. Ne. Oder, ähm... Ja komm, ich kann mich nicht mal konzentrieren, weil ich die Puppe platt machen muss. Wo ist sie? Ach, egal. Das Ding. Ah, da ist sie. Gut. Ähm, ja... Puppen, Masken und Clowns sind quasi... Ja, das wollte ich nicht. Ja. Es regnet auf die Puppe. Sind quasi alles gleich begründet, weil... Weil's alles was mit Emotionslosigkeit zu tun hat. Guckst du dir... Sora, du kleiner Lüstling, hast der Puppe den Rock hochge... Hochge... Krempelt wollte ich fast sagen, aber... Hochgeschoben, du Lüstling. Na gut. Er ist ja auch nur ein Mann. Ne, also... Was ist denn das? Nein, 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 nein! Das macht aber wenig Schaden. Ich witte im... Ich hab keine Magie mehr. Ich witte im Veteranen-Modus ist die knallhart. Nein! Ja, und von oben. So, und jetzt treff ich mit der Rakete. Erstmal... Richtig Schwung holen. Weil ich muss gut zielen können. Wo ist sie denn da? Nein, das ist der Falsche! Verdammt! Wo ist die Puppe denn verschwunden? Wo ist die Puppe? Oh, da war sie. Sie hat mir gerade eine gegeben. Abacke! Jetzt ist Schluss hier mit lustig. Jetzt ist Schluss hier mit lustig. Ich bin so cool. Ich bin so cool. Wo ist sie? und dann schaffst du dich! Buzz, du bist überraschend. Ja. Die Schmerzen, die Schmerzen, kann nur in die Schmerzen sein, wenn unsere Schmerzen fliehen. Glaubst du mir. Du bist gut, wenn du keine Schmerzen verlierst. Das ist gut. Denn ich weiß du, Buzz. Du wirst niemals verlierst du Schmerzen, wenn es zu deinen Freunden ist. Das stimmt, Cowboy. Entschuldigung, dass Sie alle Angst haben. Kein Problem. Jetzt, gehen wir nach den anderen. Die Schmerzen! Ich denke, ich weiß, wer das könnte uns führen. Komm schon, Leute! Hey, Woody. Uh, ich schlaue dich einfach mit all den Schmerzen, ich stehe. Ich stehe bei der Entrennung. Kein Problem. Sei sicher, Ham. Hey, danke, Junge. Du wirst nur auf dein eigenes Schmerzen. Jetzt, wir folgen das UFO. Der UFO. Ähm. Könnte ich da zur Not wieder rein? Ja, kann ich. Die Puppe ist weg. Ja, egal. Äh. Wegen der Puppe. Einerseits ist sie schon irgendwie süß. Und andererseits ist es mega unheimlich. Ach, verdammt. Ich hab nichts gedrückt. Ach, super. Ach, super. Verschwendet. Weil vorhin war's besser. Yeah. Fett war's da. Oh. Oh, ja. Schade, dass das keine Autorisierung hat. Oh, ich steck grad voll ein. Ja. Ich balanciere hier rum. Ach, ich hab den Finalschlag nicht eingesetzt. Was? Das macht aber wenig Schaden, dass ich hier in die nächste Form wechsel. Aber gut. Ey. Nicht der Dicke da. Von ihm so. Alter, ist noch einer. Habe ich ihn aus der Luft abgefangen? Ja. Was hat der Stil? Ich muss mal gucken, wie Osoma dann den Kampf bestritten hat gegen die Puppe. Weil der mag ja so unheimliches Zeug irgendwie. Also nehm ich an, dass er die Puppe auch mag. Ey. Wobei ich gar nicht weiß, ob Osoma überhaupt Puppen mag. Wahrscheinlich nicht. Ey. Wo kommen die ganzen Spielsachen her? Es werden ja immer mehr. Hätte ich das gewusst, wäre ich gar nicht mehr reingekommen. Ah. Verabscheuungswürdiger Teddybär. Hier war doch noch irgendwo ein Item. Irgendwie ist es weg. Wo kommt die alle her? Verdammt. Oh, Buzz ist irgendwie K.O. Das ist der nächste. Buzz ist wieder auf dem Bein. Perfekt. So. Noch wer? Ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht die Macht verschwendet. Aber egal. Noch wer? So, jetzt sprenge ich hier in die Luft. Ah, wer ist weg. Oh, ich habe da oben gerade Gegner gekillt. Oh. Gut zu wissen, beim nächsten Mal gehe ich nie wieder in die Baby-Abteilung. So. Diesmal ohne der speziellen Sicht. So, jetzt kickst du alles ab. So. Gut erlebt man. So. Aber wenigstens level ich hier ganz gut. Bei so vielen Gegnern. Nicht der. Der da. Da. Sie sprang natürlich mit der Rakete auch zusätzlich weg. Oh. Wie ich sie alle wegfetze. So, den anderen habe ich jetzt auch gekillt. Ne, da ist er. Ich dachte der wäre über mir. Schnell, schnell. Den Move mag ich irgendwie, ob wir uns jetzt gerade wenig waren. Aber egal. Hebt hier noch irgendjemand? Oh. Weißt du gar nicht, dass Donald Goofy oder wer auch immer hier jetzt mitfährt, auch schießt? So, ich kann auch mit R2 schießen. Ich schieße immer mit X. So, jetzt raus hier aus diesem Spiel zerklangt. Das war ja schlimm. Wobei die Puppe gar nicht mal so schlimm war. Ich wette im höheren Schwierigkeitsgrad ist sie schlimm. Ich kann die Gerichte einfach so kaufen. Ich finde es immer lustig, einfach was zusammenzunutzen. Ich habe das Schwierigkeitsgrad. Ich habe einen Zahn. Flammenkern. Wasserkern. Hüste Papas. Statue von Herkulus. Wie das geht. Großen Biest and Bugs. Anwerbung. Windflächen. Dunkles Kettchen. Klingt irgendwie süß. Schattenkettchen. Das Ding ist stärker. So, wen rüste ich denn damit raus? Kussi. Warum hast du so wenig? Halt Abwehr und Feuerresistenz. Goofy wird jetzt total defensiv. 19, 36. Das ist der Angriff, außer nämlich das. Ich will eigentlich gar nichts reden, weil die Musik mir so gut gefällt. So. Ich frage es nur, wo muss ich jetzt hin? Weil der Fliegende Untertaste ist ja vorbeigeflogen, aber ich weiss nicht wohin. Okay, vergesst was ich gesagt hab. Mehr UFO. Hä? Wo ist es? Verzieht euch! Wo ist das UFO hin verschwunden? Was ist das? Hör auf! Ja! Jetzt Rakete. Ich muss das UFO wieder finden. Wo ist es? Es ist nicht perfekt, dass ich gerade die Rakete bin. Okay. Da oben ist es. Da oben ist es. Ähm. Das mag ich, auch wenn es mir hier gerade nichts bringt. Egal. Es ist nur Zeitverschwendung. Wo ist das UFO? Da! Du feiges Ding! Komm her! Da! 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 Ich muss euch alle besiegen, oder? Ich muss voll einstecken. Da war das UFO! Okay, scheiß auf den Roboter. Das UFO ist viel wichtiger. Oh, das ist schon wieder abgehauen. Oh nein! Toll. Ich hätte mich vielleicht mit Potions oder so ausstatten sollen, aber ich habe es nicht getan. Was? Irgendwas mit Kanonen. Wo ist das? Ja, ich komme gleich. Ich weiß nicht, wo das UFO gerade schon verschwunden ist. Boah! Oh, Schüsse! Moment, da war das UFO, oder? Da! Es ist schon wieder abgehauen. Da, da, da! Ah! Es fliegt blöd durch die Gegend. Es ist schon wieder abgehauen. Da! Nö, nicht wirklich. Jetzt haut das alle zwei Sekunden ab, oder wie? Oh! Mann! Wo ist es denn? Ah, da ist es gerade geflogen. So! Ich habe Blitz gelernt, glaube ich. Wir sind zurück! Wir sind zurück! Deine Das bedeutet, dass er nicht irgendwo in diesem Weltkrieg mit uns ist. Ich gehe nach Hause, um ihn zu warten. Kein mehr debate. Du mit mir, Woody? Hm. Du bist richtig, Buzz. Jetzt, dass wir alle bezüglichen sind, wir sollten uns auf der Entrennung treffen und nach Hause gehen. Okay. Wir könnten uns Freunde wie du für die letzte Showdown nutzen. Aber Organisation 13 ist unser Problem für Sol. Ja, ich kann, ich kann, ich kann. Ich bin nicht so sicher über das. Ich bin so sicher, ja? Schade. Leute, können wir dich sehen? Das wäre großartig. Schade. Jetzt gehen wir aus dieser Welt wieder weg. Die hat mir echt gefallen, Toy Story ist mega geil. Weil das ist ja nur eine der Welten, die in Kingdom Hearts auf uns wartet. Das ist ja, glaube ich, die zweite Welt oder so. Weil die erste war... ...Zwiler Town? Super. Nein! Es gibt hier so viel zu entdecken. Das ist ja abartig. Wird ich ja in meinem Leben nicht fertig. Irgendwann, das ist ja die UFOs, die wir gerade vernichtet haben. ... 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 Nora? Na, ich habe nie so gut gesehen. Die Kleine sind so gut. Was wissen Sie? Sie sind Video-Game-Figuren. Sie sind Video-Game-Figuren. Sie sind Video-Game-Figuren. Wie wir uns noch nicht. Na, ich glaube... Donald, ich dachte, dass deine Magik ausgesucht hat. Entschuldigung. Super-Game-Figuren. Sie sind Video-Game-Figuren. Sie sind Video-Game-Figuren. Sie sind Video-Game-Figuren. Nein, das ist ich. Ich habe die schwarze Schnauze und... Sie sind Video-Game-Figuren. Okay, alle. Jetzt sind wir wieder zusammen. Es ist Zeit, zurück zu Ende des Rue. Jetzt? Aber ich kann nicht zumindest die Strategie-Güren? Ich will wissen, wie zu behalte Bahamut! Sie sind Video-Game-Figuren. Ich bin Video-Game-Figuren. Sie sind Video-Game-Figuren. Sie sind Video-Game-Figuren. Sie sind Video-Game-Figuren. Sie sind Video-Game-Figuren. Sehr gut. Wir gehen zum Schluss. Sie sind Video-Game-Figuren. Sie haben Video-Game-Figuren. Und sie sind Video-Man-Figuren. Ich dachte, dass ich es klar gemacht habe. Ich testiere die Kraft ihrer Bonds. In diesem Welt, Toys haben Harts. Und diese Harts kommen aus einem starken Bonds. So, was passiert, wenn diese Bonds auf ihre Grenze sind? Wenn sie worlds entfernt sind, kann Plastik auf ihre Harts halten? All I needed was a wedge to widen the divide. Someone like you to fill them with distrust and doubt. And that chasm you created can be filled with a vast darkness. Witness it for yourself. Kill it! Do something! On my way! Not this time. Where am I? Haven't you heard? In this world, you come from a video game. So now you can watch my experiment from inside that screen. That is, if you manage to find a moment's rest. There's got to be a way out. Buzz? Woody? Hang on! Okay, ich sehe schon links den Roboter. Den werde ich mir im nächsten Part schnappen und werde die Roboter hier dann zum Altmetall verarbeiten. Und dann werde ich irgendwie Buzz davon abhalten, wo die zu pulverisieren. Das war Kingdom Hearts 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fiat euch! Ich säte euch!